Melanie, erstmal Glückwunsch zur Bronze-Medaille. Wir haben uns heute Morgen beim Frühstück gesehen. Da hast du gesagt, naja, das Beste geben und gucken, was rauskommt. Zufrieden? Ja, also mit der Bronze-Medaille auf jeden Fall ist es schon immer schön, eine Medaille mit nach Hause nehmen zu können. Und das Rennen ist doch gar nicht so einfach von den Bedingungen. Es schiebt schon ganz schön und die Wellen. Das hat es mir die ersten 500 Meter nicht so einfach gemacht. Aber ich habe dann hinten raus einfach probiert, nochmal alles zu geben und hat ja dann gereicht. Ja, danke.